Ah, das ist erstmal gut. Das ist sehr gut. Haben wir noch andere Munitionen? Ah, natürlich nicht. Wie soll das auch sein? Dann laufe ich das Luftlinie auf dich zu. Und du sollst vielleicht Luftlinie auf mich zulaufen. Wir können uns ja im Haus Gottes treffen. Da oben ist ein Haus Gottes. Wenn ich da drinnen bin, rennst du rein, ich mache hinter ihm die Tür zu und dann knall ich ihn ab. Was hältst du denn davon? Du musst nur so lange bei der Stange halten, bis er... Ich weiß jetzt gar nicht, ob das hier aufgeht, die Kirche. Ich glaube fast, das ist heute hier eine geschlossene Veranstaltung, oder? Doch. Ach, fuck, da ist ein scheiß Base drinnen. Nützt nichts. Okay, wir machen es folgendermaßen. Er rennt hier hinterher. Und wir lassen ihn erstmal an mir vorbei rennen. 900 Meter, das packst du. Hier ist so eine ganz kleine... Der Friedhof ist hier. Das ist erstmal ganz gut. Außerhalb, ihr mies. Was denn? Das Friedhof. Willst du dich hinter der Mauer verstecken, oder wie? Natürlich. Ich warte hinter der Mauer. Und was, wenn er jetzt nicht hinter mir hergehauen kommt? Dann musst du einfach... Musst du nochmal antissen, einfach ein bisschen. Ich komme jetzt zu dir, ja? Ja. Ich renne jetzt rein und renne einfach hier drinnen runden. Er kommt. Nice. So. Hat funktioniert. Ich brauche keine Munition mehr. Das ist so schlimm. Hallo, Soti. Also zwölf Schuss hätte ich nochmal... Oh, guck mal, wie schön das da unten aussieht. So ein bittelwinterliches Motiv, oder? Jetzt gerade so. Natürlich wahrscheinlich nicht... Ich will jetzt nicht darüber urteilen, aber jetzt davor zu stehen, am Feuer sich zu wärmen, dass jeder aus der Entfernung dross schießen kann. Da geht's nicht. Ach, kannst du nicht auf dem Boden sitzen? Nee. Jetzt ja wenigstens dahinter auf die andere Seite. Die packt aber nicht von der Gefahrenseite her. Du bist doch doch da oben. Ja, also wenn es schießt, kann ich darauf reagieren, aber... Juppi. Hm. Ich hab was für dich. So. Umi. Oh, danke dir. Einen wunderschönen guten Tag. So, wo ist meine 308er? Die habt ihr doch bestimmt gefunden, da drin, oder? Gibt keine 308er hier drinnen. Das für eine Einstellung. Hier zu meiner rechten ist übrigens noch ein Deer Stint und etwas weiter auf eurer Höhe ist da unten nochmal eine Futterkrippe am Waldrand. Juppi, hast du Handschuhe? Nein, leider nicht. Okay, der Mond geht unter. Hat jemand von euch Handschuhe? Ich hab sie an. Oh, ich bin gestorben. Ich hab's dir gesagt, okay. Weil die Juppi hat Handschuhe, bruch, Schuss. Brauchst du nicht mehr jetzt. Jetzt kannst du sie haben. Nein, ich hab keine. Ah ja, das war hinter uns, ne, der Schuss. War das hinter uns, ja? Wo hast du's denn gehört? Ich hab's gar nicht richtig gehört. Kai, wie liegt denn Juppi? Der liegt mit dem Kopf zu mir. Ich denk mal aus deiner Richtung wahrscheinlich. Also hab ich's richtig gehört. Also hinter uns irgendwo im Wald sitzt einer. Ja. Okay, beruhigt bleiben. Ey, das wirst du selber weg, Tom. Problem ist, du siehst nicht viel, sonderlich. Ich sehe nicht, nicht, nicht sonderlich viel. Warte mal, ich kann das noch ein bisschen im Monitor. Dings minimal noch. Okay, ich sehe, ich sehe wieder ein bisschen was. Aber nicht viel. Ich sehe ihn. Los. Sehr gut geschossen, Juppi. Sah sehr gut aus. Schüsse? Kümmer mich gleich drum. Klingt wie Zombies, irgendwas kleines. Noch ein großer Schuss. Direkt bei dir, unmittelbarer Nähe, oder? Irgendwo da. Gut. Hast du was zum Schießen? Nein, ich hab nichts. Ich muss hier verschwinden. Nee, wir greifen an. Ich greife auch mit an. Oh, er ist hier bei mir. Direkt bei mir. Ich bin umgefallen. Mit Motorradhelm. Geht's dir wieder gut? Kommst du wieder zu dir? Nein, da ist jetzt... Der ist bei mir. Ich bin dir doch nicht tot. Oh, die hat ihn doch. Achso. Nein, das ist doch schon längst beendet. Ja, ich komm zu mir. Danke dir. Oh Gott, hast du mich erschrocken. Ey, Gottes Willen, ey. Boah, ey. Willst du mich verarschen? Warst du gerade noch 300 Meter entfernt, ey. Ich gehe rein, dreh mich um. Da steht der Buschmann vor mir hier. Der Jedi. Ey, geht gar nicht. Streckt du das mit mir los? Ja, richtig. Das Letzte, was ich gesehen habe, war, dass du knapp 300 Meter entfernt warst. Weißt du, ich gehe in die Hütte rein, weil ich dachte mir, okay, Lein ist auf dem Weg zu euch, wegen Essen. Und gehe rein, drehe mich um und da stehst du. Danke, Lein. So, ich habe noch ein Hunting-Scope gefunden, wenn es einer braucht. Hat doch noch jemand eine CR gehabt, oder? Ich? Ich habe aber auch einen Scope drauf. Dann hat aber Jubi noch... Ach nee, Jubi ist ja gestorben zwischendurch, oder wie? Nee, CR hatte ich nicht. Nur die Tundra habe ich jetzt, aber die hat keine Mühle drin. Aber da ist doch kein Scope drauf. Nein. Schuss. Schuss, okay. Da war ich, der das hatte. Schuss, habt ihr das auch gehört? Ja, 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 haben wir gehört. Warte, hier, du kriegst erst mal, komm mal her zu mir. Hat Pei gesagt, dass er da zwar, nicht? Du kommst, Jubi, Jubi, zu mir. Du kriegst erst mal das Scope. Wir gucken uns gleich mal an, wer da rumschießt. So, warte mal, Eos, erst mal das Scope. Komm mal. Ich habe es dir hingelegt, hinter dieses... Da liegt es. Also, der? Ja, aus der City. Ich habe es markiert, ich habe es markiert, Jubi, hol dir mal das Scope schnell ab. Ich brauche den Marker gleich wieder. Ich muss gucken, wo der Feind ist. Hab's, hab's. Okay. Ist hier, 10, läuft hoch zu Firefighter. Alles klar. Ja, such dich, kann ich in Warte. Wenn du willst schießen, dann schieße ich. Dann schieß. Zweit, sind zu zweit. Ja, ist klar. Einen habe ich. Ja, ich glaube, wir haben einen. Nein. Aber ich habe einen Firefighter, dann kannst du auch nochmal. Ja, dann... Innen rennen und bitte erledigen, falls dann noch einer lebt. Ich habe keine Munition. Trotzdem, kannst du ja messern, kannst du ja messern. Aber der eine kommt wieder zu sich. Kannst du das messen? Ich habe keine Munition mehr, ich renne hin. Ich habe noch eine Scope, ich versuche es damit jetzt. Zu klären. Hier ist nix. Hinter mir, oder? Hast du geschossen? Ja. Ja, so, die hat geschossen. Hast du? Ah, super. Wo ist der Zweite? Ähm, hier, liegt er. Ich habe jetzt einen, ohne. Der liegt doch bei mir. Okay, alles. Gut, 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 gut. Ja, ja, das ist alles gut. Dann sind beide jetzt tot. Gut, dann kriege ich es. 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 Jetzt nochmal einen Scope. Hat noch jemand was zu essen? Ich habe was zu essen. Ich wollte vorhin, ähm, oder bald, das wird hier auch anbetteln. Da gebe ich euch eine Dose, teilt er die euch. Das wird super. Das ist auch kein Thema. Kommt ihr zu mir, holt euch die Dose ab. Einer von beiden. Dann machst du erst, Juppian, dann jubt er mich. Komme ich zu dir zurück. Ich lege euch die Dose hier an, die Tanne, und markiere die euch. Alles klar, danke dir. Danke, so gut, ich kann es wegnehmen. Gut. Dosenöffner, ach, ich habe einen Dosenöffner. Vielleicht macht das Sinn. Ich habe auch einen Dosenöffner. Ja, mach das mal. Dann warte ich, ja. Für neue Marker sind nochmal Winterhandschuhe, wer haben möchte. Hier hat sich jemand entlerbt. Hier ist jemand, hier ist jemand, hier ist jemand. Ich habe aber noch keine Munition. Was ist im Griff? Hast du geschossen, oder derjenige? Juppi, soll ich erst fassen? Ja, er mag nur. Leute, wir haben Gefecht, aber... Okay, mal. Letzter Kontakt. Da oben. Marker. Da war doch das Wort gerade. Nein, nein. Nein, nein, das ist ein Wurzhaus. Wir haben mehrere Marker, okay, alles klar. Der könnte drinnen sein, hinten. Ich bin mir nicht sicher, ob die Tür an der Seite ist zu. In dem Klingkapphof ist der da, glaube ich, an der Seite, ja. Ja, ja. Dann gehe ich da ran, mache auf und du ballerst rein. Warte, da muss ich erst rüber gehen. Ich habe da keine Vision. Da ist es drin. Da oben. Jetzt könntest du reingehen. Ich werde eingeschossen. Ich bin angehittet. Weck da. Ich dachte, der ist seitlich in dem Ding drinnen. Das heißt, der schießt von gegenüber, ey. Fuck off, ey. Ich muss mich erst mal verarzten. Hat mich scheitendämpft geschossen, oder? Ja. Das ist aber nicht in einem Gebäude. Nein. Das war aber nicht der. Dann war es ein anderer. Der Typ, der hier ist, der könnte unten in dieser Seitending drin sein, weil die zu ist. Ist er, ist er, da kommt er wieder raus. Wo ist er denn hin? Sehe ich. Kannst du markieren? Hab ich auch noch markiert. Binden ab, wo ist alles schon losgeduld? Ich schieße mit vollautomatischen Waffen. Da braucht man nicht hinrennen. Wo ist der, 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 wo ist der Sniper Schütze hier? Es sind zwei, es sind zwei, es sind zwei, einen mit vollautomatischen, einer mit einem Sniper, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob der Sniper auf eurer Seite ist oder auf meiner. Ich renne hier gerade drüben durch den Wald. Da, hört ihr den. Den müsst ihr euch schnappen. Attacke auf den, geradeaus irgendwie. Da, den Hügel hoch. Der ist alleine, der muss jedes Schuss einzeln gehen. Schießt ihr die ganze Zeit mit den lauten Knarren? Leute? Nein, von denen hat wahrscheinlich die Waffen hin den Typen genommen. Einen hab ich. Der andere ist oh, dead. Von denen. Okay, der ist dead. Ich hab gerade einen erwischt. Okay. Nice. 308er. Endlich. Endlich. Damit ist die Wette jetzt aber auch durch, oder? Ja. Die Wette ist durch. Hier an der Leiche gibt's eine Mosin abzuholen. Einsatzbereit. Marker gesetzt. Ich habe endlich die Munition, auf die ich gewartet habe, ey. Zwei Streifen. Oh, von hinten, von hinter mir. Ach, scheiße. Lauf, lauf, auf und, äh, warte, was du bist. Noch nicht neues Spawn, noch nicht neues Spawn. Ja, mache ich. Ein, ausgescheitert. Zweiten erwischt. Oder hast du erwischt, den Zweiten. Keine Ahnung. Ich renne hin, gucke ob der wirklich tot ist. Nummer eins ist tot. Der zweite bewegt ihn. Ich habe, ich habe Spot drauf. Schießt, schießt, schießt das auf dich, oder schießt du? Nee, der hat nochmal wahrscheinlich gelebt. Komm. So, wir machen jetzt erstmal die Endekamera. Ihr könnt das, was jetzt gerade im Zwischenspeicher ist, wenn ihr noch fit seid, kopieren. Und im nächsten Stream, den wir jetzt ansteuern, schön Palermo machen. Oh, das wäre doch was. So, dann. Schiff, erheu, bis zum nächsten Mal. Geplant wieder am Sonntag. Auch DayZ in dem Falle. Wer Bock hat, schaltet ein. Wer noch folgen will, macht es auch. Und ich bin jetzt raus. Ich gehe ins Bett. Ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.